Hi, herzlich willkommen bei einer Folge Dead by Daylight. Ich bin Killer. Wir spielen, ähm, Kille deine Freunde. Ach Gott, ich hab das Spiel schon so lange gespielt. Die Sahani und die Nudeln und noch so zwei andere, also eine andere Person von Conny, also Sahani, versuchen mich zu überleben. Jetzt schauen wir mal, ob ich die da finde. Wohlgemerkt, wie gesagt, schon 100 Jahre nicht vorgespielt. Hier, das ist... Ich bin mir aber noch nicht sicher, wo... So. Hallo! So, der erste haben wir doch schon nochmal angehittet. Und liegt. Wir haben eine Frage hier. Drecksack! Nein! Aber es ist okay, man grenzt trotzdem noch hin. Erschuldige mich. Jetzt müssen wir ja dazu sein, ich bin immer ein bisschen blind. Kein Netmeer-Sitzer. Ich muss mich entscheiden, wo ich hier will. Da hat's den Kratzer. Gehen wir doch mal zu, der Kratzer. Wo ist der denn? Wecker schlich. Ich höre jemanden. Ich sehe jemanden. Oh, das ist dieser Honey. Oh, so. Oh, mein Gott. Und wir hier kennen. Ne. Schade. Sorry, Connie. Hey! 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 Ich sehe wohl eine Fänge. Hier irgendwo waren die. Hier hat man so ein bisschen Fortschritt. Viel. Ich weiß wohl ein paar mehr Fall ist es jetzt so glaube ich. Sorry, Corby. Ich bin jetzt so... Und Tucky. Okay. Okay, ohne. Ich bin jetzt schon wieder runter. Ach, die Nudel. Da löscht sie nun. Und die konnte ich so zitieren. Sind sie alle da ohne? So nett. Ich hoffe, hier ist keiner. Oh, das ist schon immer hart, hier. Nein! Na, der Calvin. Das war jetzt immer wenigstens direkt ab Wacke. Na, der hat mich bestimmt, aber ich kann es nicht ändern. Das war gerade doof, wer immer das da war. Seh dich. Komm her. Verloren. Mist. Das ist der Nachteil an der Hexe. Nicht so klä. Okay. Das kann mir doch, glaube ich, kaputt machen, gell? Ja. Verflucht. Ja, genau. Rinde. Könnte erst mal recht. Ja, genau. Rinde. Ah! 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 Ich hab mich falsch teleportieren. Ups. Ich komm hier nicht raus. Ah! 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 Was ist das denn? So, drei Generatoren übrig, zwei Generatoren übrig. Mach es dann doch hin, ne? Das ist doch gar nicht fertig. EKW sind nicht, wo sie sind. Ah, da hat's jemand. Sorry, Pony. Jetzt sucht die Nudel bestimmt die Hände. Ich bin so schlecht im Hedge, finde ich. Ah, da ist er. Ich geh fuhren damit. Meine Ausgangskunst doch hin, ne? Na, wär's nie. Ich bin so schlecht im Hedge. Ich bin so schlecht im Hedge. Ja, wo ist er denn, die Nudel? Ich bin so schlecht im Hedge. 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 Das war so gut. Die Klappe ist links. 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 Die Klappe ist links.